Musik Liebe Neuköllner Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir kommen leider schon zum Schluss unseres Konzertes. Wir haben, denke ich, Ihnen sehr viel Freude bereitet. Uns hat es auch sehr, sehr gefallen, hier bei Ihnen aufzutreten und wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute, vor allen Dingen natürlich Gesundheit und möchten uns mit dem nächsten Stück eine Medley von Udo Jürgens verabschieden. Bei Udo Jürgens geht ein Raun bei Ihnen durch, also ich denke, wir haben da auch das Richtige getroffen. Viel Spaß mit dem Medley von Udo Jürgens. Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Ich habe mich nur gedanken, einmal für die Idee, Herr Kuss, hier zum Haus Leonberg aufzutreten und für ihn euch hier draußen. Und ich darf Sie einladen, mit nach Leonberg zu fahren. Und einmal im Februar zum Pferdemarkt, da wird die Kapelle auch im Orchester auch im Umzug mit Ihnen. So ist es, ja. Das steht auch gut hier. Mit Musik, das würde ich. Kräftig. Oder Sie kommen zum Juni mit. 1999 waren wir ja schon mal unten zum Marktplatz-Fest. Da sehen wir Sie sicher auch. Im Juli fahren die Radfahrer des Radwandervereins Möbel-Griff von Berlin nach Leonberg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie lange brauchen Sie? Die Radfahrer... even though we read the road, oh, 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 oh. Die Radfahrer haben gepasst von ungefähr 100 Kilometern. Sie brauchen nicht mit dem Rad zu fahren. Sie können mit mir mitkommen, ich fahre wahrscheinlich mit der Bahn. Kommt bald wieder! Vielen Dank!